Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute ein Geschenk-Idee-Video. Und ich habe aus allen Kategorien ein bisschen was. Also von den Preiskategorien, von günstig bis zu teuer. Das sind jetzt einfach mal meine Ideen, was ich jetzt jemandem zu Weihnachten schenken würde. Und diese Produkte, was ich dir jetzt zeigen werde, sind auch noch aktuell erhältlich. Oder sollten noch erhältlich sein. Und ja, da würde ich sagen, wir starten gleich. Ich habe jetzt ein Beispiel hier für alle Nagellacke-Freaks, habe ich die neue LE von Maybelline, die Colorshow, die Brillant LE. Ich werde versuchen, noch Bilder einzublenden, wie die so ausschauen. Das ist eine wunderschöne Nagellacke. Ich habe heute auch eins drauf, auf dem Ringfinger. Und ich habe jetzt die hellste Nuance von allen. Das ist jetzt die 410, ähm, 418 Light It Up. Und ja, es gibt 4 Farben insgesamt davon. Bei uns in der Schweiz kostet es ca. 7.90 Franken. Finde ich jetzt auch nicht alle Welt für so einen Nagellack. Und ja, dann weiter geht es mit dem Nagellack. Da kommen wir zu den 2 teuersten Produkten. Und zwar habe ich diese hier von Arnie. Gibt es insgesamt auch in 4 verschiedenen Farben. Dann sind hier, wie soll ich sagen, ein Weihnachts-Deko dabei. So ein Weihnachtselement für den Christbaum in Cupcake-Form. Ich habe jetzt die Farbe 1999.50 Royal Cupcake. Das ist ein wunderschönes Violett. Dann habe ich hier noch die 076 Sunset Love. So ein wunderschönes weihnachtliches Rot. Dann gibt es sie noch in Pink und Beige. Pink habe ich schon verschenkt und Beige finde ich jetzt nicht so passend zu dieser Jahreszeit. Deshalb habe ich sie mir jetzt nicht mitgenommen. Dann zum teuersten von allen. Und zwar die von Sally Hansen. Und da kostet, glaube ich, ein Nagellack 12.90 Franken. Also dieses Set kostete, glaube ich, 12.90 Franken. Und dann sind sie gleich teuer. Ich weiss es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und da hat man einfach einen wunderschönen Bordeaux-farbenen. Und dann so einen wunderschönen Glitzertopper. Finde ich wunderschön. Und habe ich mir jetzt gekauft. Ich denke, es ist so schön passend zu Weihnachten. Und ja, falls ihr im Hintergrund etwas vibrieren hört, dass ihr jetzt mein Facebook, mein Facebook, was die ganze Zeit vibriert, also besser gesagt mein Handy. Dann habe ich aus der Kategorie Körperpflege, habe ich zum Beispiel dieses wunderschöne Set hier gefunden. Es tut mir leid, falls es ein bisschen überbeleuchtet ist. So ein wunderschönes Set, so eine Badewanne. Dann hat es hier noch Lip Butter. Dann ist hier unten noch ein Duschgel drin hier. Und dann noch ein Body Butter. Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie es riecht, aber ich finde es total süß, um es zu verschenken. Und so ein Set kostet 12 Franken 90, also auch nicht alle wählen. Und dann gibt es einfach noch eine kleinere Variante. Also die habe ich jetzt aus dem Manor, falls du aus der Schweiz bist. Und da habe ich jetzt auch ein Duschgel ist hier dabei und ein Body Butter. Genau, Body Butter. Und die riechen noch so ein bisschen nach Macarons. Das ist jetzt glaube ich Strawberry, genau. Ich habe jetzt die Strawberry Variante, alle beide. Und dieses Set kostet jetzt 9 Franken 90. Auch aus dem Manor. Das fand ich total süß, weil es erinnert mich an Philosophie. Falls du auch die amerikanischen Beauty Gurus schaust, gibt es ja bei den Amerikanern Philosophie Marke. Und das erinnert mich einfach daran. Dann weiterhin Körperpflege. Gibt es ein Playboy Duschgel. Also so ein Set von Playboy. Das ist jetzt so, glaube ich, eine Limited Edition. Das ist nämlich Sensual Vanille. Passend Parfum dazu kostet. 19 Franken 95 habe ich jetzt aus dem Mikro gekauft. Und ich denke, es gibt es auch im Manor. Dann habe ich noch Gesichtspflege. Und das ist dieses hier jetzt von L'Oreal. Finde ich super. Ich kenne eigentlich sehr viele Leute, die dieses Produkt sehr gerne mögen. Ich mag es auch. Dann hat es hier ein Serum dabei und eine Tagescreme. Und das ist jetzt aus der Skin Perfection Reihe. Jetzt kostet, glaube ich, um die 27,90 oder so im Set. Einzel würde es noch mehr kosten. Dann hier nochmals Gesichtspflege. Hier habe ich von BioTherm so ein Set gefunden. Da hat jetzt ein Reinigungsmus, ein Toner, Gesichtspflege und AquaSource Nuit dabei. Und das kommt so in einem süßen Täschchen. Ich werde es jetzt noch kurz zeigen, weil das ist ja ein Geschenk. Das möchte ich dann weiter verschenken. So schaut es aus. Ich finde das total süß gemacht zum Weiter verschenken, wie gesagt. Und das kostet jetzt 56,90. Aber ich hatte jetzt noch 30% drauf gehabt. Da habe ich, glaube ich, noch irgendwie 36 bezahlt oder so. Dann zu den Haaren habe ich hier noch ein Set gefunden, was auch noch vielleicht interessant wäre. Und zwar vom Moroccan Oil. Da gibt es so ein Set. Kostet um die 50 Schweizer Franken im Manor. Das sind alles so kleine Probiergrösse. Da hat man zum Beispiel einmal ein Moisture Repair Conditioner drin. Einmal ein Moisture Repair Shampoo. Dann hat man hier noch Hydrating Styling Cream. Hat es hier drin. Und dann noch das Öl. So schaut es aus. Und ja, das finde ich jetzt auch toll. Vor allem für jemanden, der auch gerne Beauty mag und Beauty-Videos schaut und so. Ja, und Haarshampoos und so. Finde ich auch immer toll. Und es ist auch toll mal so zum Ausprobieren. Finde ich absolut genial. Dann kommen wir eigentlich schon zu den teuersten, fast teuersten Produkten. Nein, das ist jetzt nicht ganz so teuer. Hier habe ich noch so zum Beispiel ein Set. Das kostet jetzt 39 Schweizer Franken. Da hat man von Estée Lauder ein Sumptuous Infinity Daring Length and Volume Mascara. Und dann noch so eine Mini Pure Color Envy Scotting Lipstick. Das ist jetzt nur so eine kleine Probiergrösse. Also wie gesagt, hier die Full Size Mascara. Und dann so eine kleine Probiergrösse an Lippenstiften. Das ist so ein wunderschönes festliches Rot. Finde ich absolut toll. Also wenn mir jemand so etwas schenken würde, ich hätte sehr Freude daran. Und dann zu guter Letzt, was ich dir auch noch gerne zeigen möchte, ist dieses. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat das schon gesehen. Und zwar von Estée Lauder. So ein kleines Probierset von den Envy Lipsticks. Ich werde versuchen, auch das Bild einzublenden. Ja, ich finde das jetzt absolut toll. Hat man so ein kleines Täschchen, vier verschiedenen Lippenstiften. Und dieses Setup war das tollste von allen Produkten mit 62 Schweizer Franken. Ja, und falls dich interessiert, wie ich meine ein paar Produkten verschenken werde, ich werde sie dieses Jahr nicht einpacken, sondern ich habe mir so ein Box gepasst. Also diese Box habe ich jetzt aus dem Mario No. Mit so Sternchen drin. Die habe ich jetzt so geschenkt bekommen, weil es mir einfach zu langweilig war und hier Mario No. drauf stand, habe ich sie jetzt mit so, ähm, wie sagt man, solche Dingens verpackt. Wie heissen die? Ja, so Etiketten, Geschenketiketten habe ich jetzt verziert. Also richtig weihnachtlich. Und hier unten habe ich einfach noch so Schleifen, Schleifen hingeklebt. Und da werde ich einfach beschriften, welche Box wem gehört. Also das sind jetzt Frauenbox. Was dich interessiert, was ich meinen Männern schenken werde, also meinem Vater und so. Dann hinterlasse es mir doch in den Kommentaren. Dann würde ich noch eine Geschenkidee für Männer machen. Aber ansonsten war das jetzt eigentlich von diesem Video. Ich hoffe, dass es eine oder andere Inspiration darunter war. Auch wenn es zum Teil sehr teure Produkte waren. Aber ich denke, das waren jetzt solche Produkte, was man jetzt nicht so alltäglich jetzt auf YouTube sieht oder so. Ich habe jetzt extra versucht, ein bisschen speziellere Produkte herauszusuchen. Vor allem für die Schweizer Zuschauer. Oder Zuschauer eben besser gesagt. Und ja, das sind jetzt alles Produkte, was man bei uns in der Schweiz momentan kriegt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye. Dann können wir gleich mit dem Abschminken starten. Und auch verwende ich Biotherma Sensibio H2O.